So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Darksiders! Die Tür ist mittlerweile offen und ich habe festgestellt, dass ich, als ich hier hochgefahren bin, einen Grafik-Bug hatte und die Tür deswegen als verschlossen angezeigt wurde und deswegen musste ich dann einfach nochmal ab dem Moment, wo ich mit dem Fahrstuhl da hoch bin oder mit den Schwert-Statuen, Figuren da unten, wie auch immer, das einfach nochmal machen, habe ich dann auch gemacht und dann ging die Tür auf. Gut, dann werden wir uns jetzt noch eine Kleinigkeit holen. So. Und zwar eine Kiste. Teil der Abgrundrüstung. Ein Teil der mit blutbeschmierenden Abgrundrüstung. Sagen wir mal sie als Zehteil, um die Rüstung komplett zu haben. Was auch immer das ist, aber egal. Sammle-Sachen finde ich eh immer ganz toll oder so. Beschwer' ich mich einfach mal nicht. Was ist da drin? Weltkriegsmaximal Zorn. Uh, jetzt habe ich mehr Zorn als Leben. Oh mein Gott. Wie war das nochmal mit Schweben und so? Ich gehe jetzt bestimmt nicht da vorne raus. Wow, das war knapp. Weil da wieder dann dieses fressende Vieh nur auf mich warten. Okay. Sonst ein Live wäre vielleicht nochmal ganz cool. War hier nicht eine Bombe? Doch. Da hinten ist er doch. Mal hoffen, dass da ein Live drin ist. Ich habe gerade vergessen, wie man die Bombe schmeißt. Und ich bin in die Lava gefallen. Nein. So macht man das schon mal nicht. Das war doch damit. LOL. Oh Gott. Was geht's los? Warum ging das vorher nicht? Ich habe genau da drauf gedrückt. Wie sonst immer auch. Oh, bitte lass da Live drin sein. Oh Gott. Dankeschön. Okay. Das war wohl ein Splitterstück. schlug den Splums. Ach gut. Dann gehen wir mal doch hoch. Es geht zu. Heißt hier wartet jemand Böses auf mich. Kann doch sein. Mehr oder weniger. Toll. Ne ganz lange Treppe. Ich liebe ganz lange Treppen. Ich dachte schon, die hört gar nicht auf. Meine Güte. Überall Leichen. Und Blut, das vorher nicht da war. Wart, Samai, deine Loyalität gekauft. Wenn du käuflich bist, Reiter, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Meine Bedingungen werden dir nicht gefallen. Tiermacht. Toller Name, möchte ich schon lassen. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Reiter. Ja, würde ich auch nicht bomben. Mal sehen. Das war ja easy. Ich kann ihn erst mal treffen. Oh, sollte vielleicht weg. Geh, die macht ja nichts. Hallo? Du hättest mein Angebot annehmen sollen. Ja, du meinst auch. Ich kann deine Stimme gleich nachmachen, weil die viel zu komisch dafür ist. Du hast die Ahnung, als würdest du Asthma-Spray brauchen. Oh. Wow. Aua. Eine große Rage. Fies. Noll. Ich nicht mal nah stehe und wie viel, wie viel sie nicht drücken drückt. Sag mal. Gifst du nicht. Bist du fertig? Oh, bist du. Oh Gott. Sollte vielleicht mal das mal ausweichen. Hat sie jetzt noch Bombe? Ja, hat sie noch. Ich bin schon. Ganz Kiro. Oh, ein Gesicht mit Bombe? Oh, ich hab die gar nicht gesehen. Ach Gott. Oi. Was ist jetzt los? Wow. Nett. Nett. Oh, ich hab die. Weg mit dir. Nein, bitte... Oh, diese Attacke macht ganz schön auer. Ich sterbe gleich. Das war... knapp.